Auf seiner Verteidigungsseite Fehrmann weit draußen und Emmanuelson nimmt das dankbar an. In der 64. Minute also das 1 zu 0 für Milan durch den Niederländer. Er hat den Angriff selber insiniert. Robinho hat die Passsicherheit, das hier sofort zu erkennen. Spielt Uchida aus. Fehrmann versucht noch was zu retten, ist hier aber relativ machtlos. Relativ machtlos.